Hallo, herzlich willkommen zu dem heutigen Thema. Es geht mal wieder um die Milch, um die Tiermilch. Und zwar deswegen, weil mich eine E-Mail erreichte von Professor Bodo Melnick. Ich gucke jetzt ab und zu mal hier auf meinen Laptop, weil ich nämlich von ihm einen Artikel bekommen habe, der am 9.4. in die Welt veröffentlicht wurde. Und das ist natürlich unglaublich. Es scheint sich jetzt doch was in Richtung, dass man Milch in Frage stellt, zu bewegen. Und ich möchte euch einfach daran teilnehmen lassen, weil ich fand es unglaublich gut. Es ist ein Interview mit ihm. Professor Bodo Melnick ist Professor für Ernährungswissenschaft an der Universität Osnabrück und ist Allergologe und Dermatologe. Und er wurde von der Journalistin Elke Boderas befragt. Und sie hat richtig gute Fragen gestellt, aber viel faszinierender finde ich die Antworten, weil es geht der Milch wirklich an den Kragen. Es gibt ja auch die Meinung mittlerweile von Professor Zurhausen, das habt ihr wahrscheinlich auch gehört, dass er sagt, dass Milch möglicherweise in den Exosomen, das sind so kleine Transportbläschen, hochgefährliche kleine viralen Bestandteile in sich tragen, die später dann in Form von irgendwelchen Erkrankungen ausbrechen. Also eigentlich kann man sagen, es ist ein hochexplosiver Stoff, die Milch. Und es wurde ja und wird größtenteils immer noch geleugnet. Aber ich habe mir das mal so überlegt, wenn ich darüber nachdenke, wie selbstverständlich Milch als ein gesundes Nahrungsmittel angeschaut wird und das wird ja eigentlich gar nicht hinterfragt, finde ich, es wird absolut Zeit, dass zum Beispiel die Welt jetzt titelt, Milch ist ein hochbrisanter Cocktail. Und das war doch mal ganz spannend. Sie fragt dann, wie? Milch soll gefährlich sein? Das ist doch, das klingt doch fast schon lächerlich. Und dann sagt er, naja, das ist einfach über alles andere als lächerlich, sondern es ist eine hochreaktive Substanz, die die Natur nämlich dafür entwickelt hat, dass unsere Säuglinge und auch die anderen Säugetiere, dass die heranwachsen. Und dazu braucht einfach natürlich jede Art der Lebewesen eine bestimmte Zusammensetzung. Das ist schon mal das eine. Und das ist eben nur in der Zeit, ist so lange gesäugt wird, weil die Milch enthält Stammzellen, jede Menge Eiweiß unterschiedlich. Die Muttermilch hat zum Beispiel viel weniger Eiweiß als die Kuhmilch, ist ja auch ganz klar. Ja, die Kühe wachsen schon ein bisschen schneller als wir. Und dann auch natürlich Bodenstoffe, die genau für das Säugetier eben sagen, so und so musst du jetzt wachsen und genau nur für dieses Säuglingsarzt. Also ja, und wer jetzt auch im Erwachsenenalter noch Milch trinkt, das muss man einfach wissen, was macht der? Ja, der regt natürlich Zellen zum Wachstum an. Und ich sage immer so ganz banal, ja, was soll bitte bei einem erwachsenen Menschen eigentlich noch an Zellen wachsen, die eben, ja, vielleicht dann doch nicht wachsen sollen. Vielleicht sind es die Zellen, also die Zellen, die etwas kräftig machen und vielleicht aber auch die Krebszellen. Und da hat er ganz klar auch eine Stellungnahme dazu gehabt. Der Herr Professor Melnick, ein im Übrigen wirklich sympathischer Mensch. Vielleicht kann ich ihn ja mal einleiten, um mit mir ein Interview zu machen. Wenn ihr daran Interesse habt, im Übrigen, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr die Daumen nach oben gebt, weil Petra Bracht im Gespräch mit Professor Dr. Melnick oder mit Professor Klaus Leitzmann oder sowas, könnte ich mir vorstellen, wäre vielleicht auch interessant. Also, er sagt auf jeden Fall, beim Säugling ist das Wachstum lebenswichtig, beim Erwachsenen dagegen sind die Substanzen, die zur Vermehrung anregen oder mit Genen interagieren, mit Vorsicht zu genießen. Und jetzt kommt's. Bei Männern ist der Zusammenhang von Milchkonsum und einem erhöhten Risiko für Prostatakrebs erwiesen. Erwiesen? Bei Frauen wird ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs vermutet. Wie ist es denn wirklich in der Medizin? Also, wir beobachten, wir Erfahrungsärzte. Wir beobachten und stellen dann fest, dass sich was wiederholt. Dann haben wir eine Idee dazu, dann gibt es eine These. Dann wird erst mal ausprobiert, dann muss das natürlich getestet werden. Es geht ganz viel Zeit ins Land dahin. Aber ehrlich gesagt, wenn so eine Vermutung schon offensichtlich da ist, dann ist es doch höchste Zeit, die Menschen darüber zu informieren oder nicht. Also, für mich ist es ganz klar. Und wenn man sich überhaupt mal so diese Zusammenhänge anschaut, dass es eben Krankheiten sind, die immer mehr auftauchen, dass immer mehr Milchprodukte gegessen werden. Also, für Krebsentstehung ganz, ganz klar, das ist ein multifaktoriges Geschehen. Aber wenn Milch und Milchkonsum, also die Ernährung von eben diesen Nahrungsmitteln, dazu beiträgt, dann ist es doch vielleicht ein leichtes, die einfach zu meiden. Und für die Männer ist es doch wie wunderbar, das einfach wegzulassen, weil vielleicht bekommt ihr dann eben keinen Prostatakrebs. Es braucht keiner. Und ich würde es auch einfach nur unterstützen, darüber nachzudenken, ob man vielleicht diesen einen Risikofaktor dann beiseite lässt. Ja, dann geht es darum, warum denn die Menschheit lebenslang auf die gesunde Milch schwört. Ja, da sagt Mandy ganz einfach, weil wir darüber einfach gar keine Forschung gemacht haben, weil es war immer ein wertvolles Nahrungsmittel mit unglaublich vielen Bestandteilen, die ja in bestimmten Situationen auch durchaus mal hilfreich waren, wenn es eben nichts zu essen gab, dass man dann die Milch benutzen konnte, um sich zu versorgen. Aber gesund war sie nicht. Und er sagt, dass man molekularbiologisch eigentlich erst tatsächlich seit ein paar Jahren forscht und eben auf diese Ergebnisse auch gekommen ist. Und das ist natürlich schon auch so eine Geschichte, die ihr mal wissen sollt, weil heutzutage Erfahrungen und Beobachtungen als was Gesetzes in die Medizin zu geben, ist nicht so sehr erwünscht. Es sind immer diese ganzen evidenzbasierten Studien. Ach so, nebenbei, nur mal für euch. Ungefähr 70 bis 80 Prozent aller Operationstechniken, also bitte noch mal, alle Operationstechniken, also 70 bis 80 Prozent, sind überhaupt nicht erforscht und schon gar nicht evidenzbasiert. Und sie werden durchgeführt, ausgeführt und so weiter und so fort. Also, dass ihr einfach mal auch so eine Diskrepanz seht in dieser ganzen Studien gehypten Medizin. Also, da wäre ich auch so ein bisschen zurückhaltend. Ich finde Studien, gute Studien, Meta-Analysen finde ich schon richtig gut, weil die geben Sicherheit, die geben dir Sicherheit, die geben auch mir als Ärztin Sicherheit. Aber es gibt so unendlich viele kleine Studien, vor denen ich einfach nur Angst habe, weil, ich weiß nicht, warum die überhaupt gemacht wurden. Also, von daher, wenn Studien, gute Studien, Meta-Analysen und unabhängige Studien. Und dann können wir sicher sein. Aber trotz allem haben wir Menschen ja tatsächlich auch die Fähigkeit zu beobachten. Und wir haben beobachtet, dass Milch nicht gut tut. Und ich habe das bei mir in meiner Praxis tatsächlich gesehen, schon seit 30 Jahren so oft. Einfach das Meiden von Tiermilchprodukten. Und die Menschen werden gesünder, gerade was Akne anbelangt, was Autoimmunerkrankungen, Allergien anbelangt. Und ich bin mir sicher, dass es auch mit anderen Krankheitsbildern in Zusammenhang zu sehen ist. Also eben gerade die beiden, die ich angesprochen habe. Weil es ist ein schon Drösensekret, was da eben auch verabreicht wird. Und deswegen ist es durchaus mit Genuss, nee, nicht mit Genuss, sondern bitte überhaupt nicht zu genießen. Sorry, da habe ich mir einfach versprochen. Also, dieser Artikel geht noch viel, viel länger weiter. Aber ich wollte euch erstmal wieder so ein bisschen, ja, was wollte ich euch? Einfach so ein bisschen aufmerksam machen für dieses Thema. Dass ihr nicht einfach sagt, ach, was ein Blödsinn, das ist doch so gesund. Ist es nicht. Und auch im Übrigen, wenn ihr jetzt sagt, ja, dann wenigstens Bio-Milch. Natürlich ist Bio-Milch von der Qualität her besser als jetzt einfach diese Milch, die aus Massentierhaltung gewonnen wird. Nichtsdestotrotz ist auch, in dieser Milch befinden sich ebenso diese Exosomen, die Transportbläschen, die dieses hochbrisante Material eben in den Körper von uns Menschen bringt. Und ja, dass wir das nicht brauchen, wisst ihr. Und dass wir andere Möglichkeiten haben, um unsere Stammzellen zu aktivieren, habt ihr auch schon erfahren. Da habe ich auch schon ganz viele Videos dazu gemacht. Und es geht einfach darum, dass wir durch diese Milch, durch diese Säuglingsnahrung tatsächlich immer nur in unseren ganzen Genen genau die Gene aktivieren, die zum Wachstum anregen sollen. Und wir bremsen die Gene, die eben das kontrollieren. Und das kann im Alter einfach nicht gut sein. Natürlich, natürlich kann man jetzt sagen, hat was mit der Dosis zu tun. Definitiv. Aber die Mengen, die an Milchprodukten hier verzehrt werden, in diesem Lande, man muss einfach nur mal gucken, wo Milch überall verarbeitet wird, ist definitiv, definitiv viel zu viel. Um eben auf Nummer sicher zu gehen, würde ich euch empfehlen, das so gut wie ganz zu meinen. Oh, oh, ich weiß. Dieses Thema, es ist ein Thema, das immer die Gemüter hochschlagen lässt und lässt. Und wenn ihr vielleicht euch mal diesen Artikel dann anschaut von Professor Melnick, dieses Interview aus der Zeitung Die Welt, aus der Zeitschrift, dann geht unten, wir verlinken es euch, damit ihr das alles nachlesen könnt und macht euch eure eigenen Gedanken dazu. Und seid vielleicht ganz ehrlich, wie es euch geht, wenn ihr mal einen Tag viel zu viel davon gegessen habt oder wenn ihr mal, was ihr sonst nicht tut, doch wieder mal euch ein Stück Käse einverleibt. Ob da vielleicht die Nase anfängt zu laufen oder sonst irgendwas, seid ganz ehrlich zu euch, ja, probiert es auch wieder aus. Ich sage immer, probieren geht über studieren und das ist tatsächlich so, weil wenn ihr das fühlt, dann fühlt ihr es eben. Ja, also, jetzt bitte vielleicht auch den Daumen nach oben, es freut mich, ihr wisst es, Kanal abonnieren, eure Fragen zum Thema Milch. Es gibt so viele Sachen noch dazu zu sagen, also die Mikro-RNS, MTOR, das sind alles Bodenstoffe, die dort enthalten sind. Wenn ihr wirklich mehr davon wissen möchtet, dann sagt mir Bescheid, dann mache ich einfach nochmal ein Video. Es wird sowieso nicht das letzte zum Thema Milch sein, definitiv. Aber ich hoffe, ich habe euch, die, die noch nichts davon gehört haben, vielleicht ein bisschen dafür wach gemacht, auch da mal hinzuschauen, dass es vielleicht doch nicht so das Optimum ist. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt, na, eine super tolle Zeit, genießt das schöne Wetter dort draußen, seid gut zu euch, zu eurer Gesundheit und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!